Also 1 für 5 Euro. Du kommst 2 Stück für 10 Euro. Du hast 10 Euro. Du hast 2 in die. Ja jetzt kommt der Hammer. Das ist das zu. Also und jetzt hier. Und wenn du die 3 Stück kommst, kriegst du das hier gegen den Hauptpreis von 2,50 Euro dazu. Ja, das kaufe ich dir, aber danach schmeiß ich Mühe. Ja, also 10 Euro. 10 Euro. Hier. Nee. 12,50 Euro. Die Feuer, Mann. Feuer? Ja.